The Glory Days of Death Metal, respektive Black Metal, respektive. Erstmal einen Schluck Jack Daniels. Ich kaufe immer wieder dieses überteuerte Zeug, aber ich habe auch keinen Bock, das irgendwie selber zu mixen. Willkommen Freunde zu einer Ausgabe, die man durchaus, also Werkschau ist es ja nicht. Also ich wollte einfach mal was Definitives zu Hellhammer sagen. Und weil wir ab nächstem Jahr hier auf Allgäu Doom ein Extreme Metal Meeting haben, das ich heute natürlich noch alleine gestalte, aber auch um die Chance zu nutzen, darauf hinzuweisen, dass ich mir Gäste einlade und mit ihnen über Extreme Metal, die Liebe zum Extreme Metal diskutieren möchte. Und es hat ja auch unterschiedliche Bedeutungen für die unterschiedlichsten Leute. Aber der Extreme Metal ist deshalb auch so interessant, nicht nur weil er grundsätzlich interessant ist, sondern weil er ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, parallel mit dem Heavy Metal das Licht der Welt erblickte. Also kurz danach, wir wissen das ja, Anfang der 80er Jahre, die New Wave of British Heavy Metal war in vollem Gange. Aber zeitgleich zu dieser Entwicklung gab es das Phänomen Venom. Dieser Neandertaler Sound, der zwar zur New Wave of British Heavy Metal gehört, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie meint, da hätte man mit Dinosaurierknochen irgendwie Musik gemacht. Und die andere Band, um die es heute geht, nämlich Hellhammer, hat den gleichen Kultstatus. Also es gibt ja diese Triangel zwischen Venom, Hellhammer und Bathory. Und Bathory kam eigentlich am spätesten. 1984 ist das Debüt von Bathory erschienen. Da war Venom und Hellhammer aber schon am Mischen, beziehungsweise Venom war schon auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Als sich Hellhammer 1982 gründeten, beziehungsweise von Thomas Gabriel Fischer in der Schweiz, da hatten wir überhaupt keine Ahnung. Also wir haben überhaupt erst von dieser EP erfahren, von Hellhammer das erste Mal erfahren, also ich zumindest, mit dieser Apocalyptic Raids 1984 herauskam. Die jetzt hier nicht. Das ist jetzt die mit dem schönen Booklet, also der Neudruck. Tom hat ja 2010 das Buch, den Bildband Only Death is Rear rausgegeben. Das sind eben hier im Kleinformat ein paar Bilder. Das ist jetzt nicht das gleiche Material wie Only Death is Rear, dieser Bildband, den ich leider nicht besitze. Mir reichen diese kleinen Bilder hier aus den Anfangstagen von Hellhammer. Also es geht heute um Hellhammer. Und es ist gar nicht so einfach, über eine Legende zu sprechen, die so einen Kultstatus hatte. Ich meine, ich habe schon viel über Venom gesagt. Ich bin ja auch ein bedeutender Venom-Fan, aber dann eben lieber eher die Nachfolgeband Celtic Frost. Das hat jetzt irgendwie hier, entschuldigt bitte, diese kleinen Interruptionen. Also das hat ja, wenn man über solche Bands spricht, dann fehlen einem natürlich, wie ihr seht, erstmal die Worte. Und das Interessante ist eben, dass man immer davon ausgeht, wir gehen ja immer davon aus, die Geschichte hat ein Kontinuum. Es ist ein kontinuierlicher Faden, egal welche Geschichte das ist, die Musikgeschichte, die Menschheitsgeschichte. Im Nachhinein passen wir das alles irgendwie das Puzzle so zusammen, dass wir einen linearen Effekt davon haben. Und in Wirklichkeit stimmt das ja gar nicht. Das ist ähnlich wie das Zeitgefühl. Zeiten gehen an unterschiedlichen Orten ihre unterschiedlichen Wege. Jeder hat ein anderes Zeitempfinden. Zeit ist genauso keine lineare Entwicklung wie die Menschheitsgeschichte oder die Musikgeschichte, von der wir heute reden. Und wir drücken erst im Nachhinein dem Ganzen unseren Stempel auf. Also wir nennen das Black Metal und das nennen wir Death Metal. Heute haben wir natürlich für alles fein ziselierte Schubladen. Das war damals alles überhaupt nicht der Fall. Die New Wave of British Heavy Metal kam auf. Die war 1982 in voller Fahrt. Und wie ich schon sagte, wir hatten überhaupt keine Ahnung, was ein Junge namens Tom G. Warrior, Thomas Fischer nämlich, überhaupt erlebte. Erstens mal waren die Schweden, Schweden mit Bathory, waren damals zu der Zeit, als das erste Bathory-Album erschien, auch noch nicht so irgendwie der Hotspot der Musikwelt, wie es heute ist. Aber noch viel, viel schlimmer war die Schweiz. Die Schweiz war faktisch Niemandsland. Und die berühmteste oder bekannteste Band in der Schweiz war derzeit Krokus. Und Krokus ist ja auch nur ein Rip-Off, so ein ACDC-Rip-Off, egal was man davon hält. Ich mag das Zeug nicht. Aber das war das bekannteste, was aus der Schweiz kam. Samael und Messiah, die wurden erst später gegründet, so 86, 87 kamen die irgendwie aufs Parkett. Und so war Hellhammer sozusagen die erste Band, die nicht nur Heavy Metal, richtigen Heavy Metal machte. Krokus ist ja nicht wirklich Heavy Metal, das ist ja mehr so Hard Rock. Aber die so richtig irgendwie fasziniert war von dem, was in England gerade passierte. Und wenn man dann noch bedenkt, was dem Tom seine Lebensgeschichte, von der wir alle erst später erfahren haben, dann versteht man den Sound vielleicht besser als zu der Zeit, als die ersten Hellhammer-Demos sozusagen die Musikzeitschriften erreichten. Und mit Death Find und Triumph of Death und Satanic Rides, diese alle 1983 erschienenen Demos, da ist die Musikpresse nicht gerade zimperlich damit umgegangen, mit diesem Erguss. Man hat immer gesagt, Hellhammer sei eine Venom, eine Venom-Rip-Off. Und tatsächlich ist es ja so, zu der Zeit hat Tom G., Warrior, nur die Welcome to Hell kennen können, weil Black Metal kam erst im November 1982 raus und Hellhammer haben sich im Mai, Bestätigung, im Mai 1982 gegründet. Aber das Ganze ging doch viel, viel früher los. Wenn man die Musik von Hellhammer, diese merkwürdige Musik, diese primitive und hier und da auch kindische Musik verstehen will, dann muss man natürlich auch erst mal ein bisschen in die Biografie von Tom reingehen. Und er hat das mittlerweile schon oft auch irgendwie erzählt, dass er sechs Jahre alt war, es war Mitte der 70er Jahre, in einem englischen Dorf, in diesem Schweizer Dorf, ein Kuhdorf, Nürensdorf, Birchwil, mit, keine Ahnung, 1500 Leuten, in einem Niemandsland an Rock'n'Roll grundsätzlich, nicht nur an Metal. Und er war sechs Jahre alt und seine Mutter hat sich scheiden lassen, also die Eltern haben sich scheiden lassen. Und seine Mutter hat ihm dann gesagt, hey Alter oder hey Junge, ich ziehe um die Welt, ich schmuggel Diamanten und Uhren, du bist mehrere Wochen auf dich allein gestellt. Und so hatte dieser kleine Junge mit sechs Jahren weder Freunde noch Familie, kein Vater da. Die Mutter hat ihn jetzt auch verlassen, lebte da in dem Haus, musste irgendwie zurechtkommen. Aber die Mutter hatte eine Plattensammlung. Tom hat davon gesprochen, dass es ungefähr 1500 Stück waren. Er lesende Sachen, da war Jazz dabei, Klassik dabei und natürlich der gängige Hippie-Sound, sage ich jetzt mal, so UFO und all die üblichen Verdächtigen eben. Und ist klar, wenn du nichts hast, du bist sechs, du hast gar keine Freunde und nichts, bist in irgendeinem unbekannten Bauerndorf mitten in der Schweiz. Und sind wir mal ehrlich, ich habe fünf Jahre in der Schweiz gelebt und ich will den Schweizern mit Sicherheit nicht an die Karre fahren. Aber in den ländlichen Gegenden sind die Schweizer schon wahrscheinlich genauso eine Zumutung, wie es hier auch im Allgäu, wenn man irgendwie auf die Almen fährt, ein entlegenes Gebiet, sind schon ziemlich seltsam. Und ich habe hier auch schon meine Abenteuer erlebt mit den Einheimischen. Und wenn man das jetzt noch 40 Jahre zurückdatiert, kann man sich ungefähr vorstellen, es hat was Redneckisches. Also es ist nicht nur in Amerika die Rednecks und die Menschenfresser, sondern die gibt es auch in diesem Alpenbereich. Und wenn du dann alleine bist und dann hast du nur die Platten, dann hörst du natürlich Musik. Und er hat dann schon früh gemerkt, dass die Musik ihm das Leben rettet. Und man spricht das immer so. Das ist so ein geflügeltes Wort. Die Musik hat mein Leben gerettet. Der Metal hat mein Leben gerettet und so weiter. Aber ich glaube, beim Tom kriegt es nochmal so ein extra Gehalt, wenn man sich überlegt, dass er, wenn er rausging, das Haus verlassen hat, einfach nur verprügelt wurde. Er war das perfekte Mobbing-Opfer auch zu dieser Zeit. Keine Eltern da. Und als die Mutter dann kam, ist sie dem Wahnsinn verfallen und hat sich 90 Katzen zugelegt. Und die haben alle mit dem Tom im Kinderzimmer gelebt. Und man muss sich das vorstellen, Katzenscheiße, Urin, Wanzen, Maden, dieser ganze Unflad. So ist das, was sein Zuhause ist. Und wenn er das Haus verlassen hat, hat er wahrer brutaler Gewalt ausgeliefert. Wenn du so ranwächst, dann ist es fast schon ein Wunder. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder findest du dein Heil in der Musik oder dein Beruf wird Kehlen aufschlitzen, Gliedmaßen abhacken und dann die Leichen zu pimpern. Und Tom ist Gott sei Dank auf die andere Seite gefallen. Vielleicht ausgelöst von dieser Plattensammlung, der häuslichen Plattensammlung der Mutter. Und man kann sich das nicht vorstellen, in einem Niemandsland. Ich meine, nichts existiert im luftleeren Raum. Alles kommt von irgendwo her. Und trotzdem sind Hellhammer, ähnlich wie Venom oder dann eben Bathory auch, nicht nur Pioniere, weil sie das, was vorher da war. Also bei Hellhammer jetzt zum Beispiel natürlich Venom. Tom ist dann in seiner Ausbildung, hat sich Geld zusammengespart und ist nach England gegangen, wo natürlich der Bär steppte, der Heavy Metal Bär steppte. Und ist dann in einem Laden und hat dort dann die In League With Satan EP von Venom entdeckt. Und das hat sein Leben tatsächlich verändert. Und Hellhammer sind angetreten, härter zu werden als Venom. Also Venom war gleichzeitig Vorbild und Inspiration und in Anführungsstrichen das Feindbild. Also nicht das Feindbild, sondern die Band, die es zu übertreffen galt. Denn vorher gab es Motorhead und Dischark oder Discharge, diese Punk-Band. Oder der Punk überhaupt, der alles, was diese filigranen Rocker machten. So mit Led Zeppelin und die Purple, ich habe das ja auch schon oft erwähnt. Die Kids hatten das satt. Diese unnahbaren Superstars, die da Stadien füllten und so weiter. Die fühlten sich nicht mehr angesprochen. Und dann kam der Punk und hat das mit seiner Do-it-yourself-Mentalität und seiner Reudigkeit und seiner auch, beziehungsweise die Punks, die wussten, wie man sich fühlt. Wenn du 20 bist, weißt du, wie sich ein 20-Jähriger fühlt. Oder wenn du 16 bist, weißt du, wie sich ein 16-Jähriger fühlt. Das Problem beim Punk war einfach das, dass er sich ganz, ganz schnell in den Modekram und in den New Wave irgendwie verabschiedet hat. Und das ist jetzt absolut wertungsfrei. Das ist einfach so, warum auch der Heavy Metal so Fuß fassen konnte. Weil da ging der Punk mit dem zusammen, was die großen Bands in den 70ern nicht mehr geschafft hatten und haben dadurch was völlig Neues gemacht. Man erinnert sich an die erste Iron Maiden, die noch ziemlich den Punk-Charakter hat. Die Killers auch noch. Also dieser Punk-Einfluss, der in der New Wave auf British Heavy Metal sowieso gang und gäbe war. Aber man wollte, man will als junger Mensch, will man nicht irgendetwas nachahmen, sondern man will härter werden. Und zur damaligen Zeit war es noch einfach, härter werden zu wollen, weil es gab wirklich nur, wenn man jetzt mal von Motorhead absieht, Venom. Es gab im Endeffekt keine Extreme-Metal-Szene. Und wir, die wir keine Ahnung hatten von Toms Musik, konnten eigentlich nur auf die Musik zurückgreifen. Und wir konnten nur die Musik hören. Und wenn man sich Hellhammer anhört. Und ich finde übrigens hier die Apocalyptic Raids, die 1984 dann rauskam, die in einem professionellen Studio in Berlin aufgenommen wurde von Neuss. Neuss hat damals, und das war eben auch, da spielt dann die Zeit auch immer irgendwie eine Rolle oder beziehungsweise der Zeitgeist. Hellhammer, Urs Sprengler, der aus der Punk-Szene kam und der den Steve Warrior dann für den Bass gefunden hat. Obwohl, Steve Warrior, was habe ich denn jetzt wieder gequatscht? Tom G. Warrior, der ja eigentlich erst Bass gespielt hatte, hatte dann den Urs gefunden, der Bass spielte und den Peter Stratton, der eigentlich Peter Ebniter heißt. Und das war die Urgruppe von Hellhammer. Und all diese Kids, diese drei Kids hatten alle drei irgendwie eine bewegte Vergangenheit. Aber Neuss, die neu gegründete Neuss, Neuss Record Label in Berlin, ist so ein Ableger, die erst die Punk gemacht haben. So wie hier Dings, die Misfits sind da zum Beispiel drauf erschienen. Hüsker Dü ist da drauf erschienen. Und die wollten damals die harscheste, härteste, respektloseste Band zu der damaligen Zeit finden. Und die bekamen schon in Berlin damals den Tipp, dass es in der Schweiz welche gibt, die das sein könnten. Weil wie gesagt, 83 gab es schon drei Demos von Hellhammer, die mir allesamt übrigens besser gefallen als diese EP. Denn Hellhammer hat so einen primitiven Sound, der passt eigentlich gar nicht in ein modernes Studio. Und mir gefällt zum Beispiel Messiah, ist mein Lieblingslied von Hellhammer. Wenn ich mir die Demo-Version anhöre, die in den Proberäumen aufgenommen wurde, in den Bunker Hills, dann merkt man einfach, dass diese Proberaum-Atmosphäre einfach auch viel besser zur Band passt, als dann, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie ein schlechtes Album ist, es sei denn, man bezeichnet Hellhammer grundsätzlich als schlecht. Die Musikkazetten haben das damals alle getan. Ich glaube, dass keiner irgendwie Hellhammer richtig verstanden hat und dass man das, wie ich schon sagte, auch erst verstehen konnte, nachdem man wusste, wie Tom eigentlich herangewachsen ist und was für eine Emotionalität dadurch natürlich entstanden ist. Und interessant, hier gibt es dann eben die Parallelen zu der Second Wave Black Metal, die dann in Norwegen entstanden ist. Die Jungs haben verstanden, was es bedeutet. Natürlich kannten die die Geschichte wahrscheinlich zu der Zeit auch schon, aber bleiben wir mal beim Sound selber. Der Extreme Metal und hauptsächlich das, was dann die First Wave und dann in die Second Wave überging, da geht es um Atmosphäre. Man sagt das ja oft genug, bei Black Metal geht es um Atmosphäre und nicht um die Musikalität an sich. Dafür ist dann vielleicht der Death Metal oder der Thresh Metal irgendwie bekannt, dass man eben zeigen kann, was man kann, obwohl der Death Metal natürlich auch voller Atmosphäre ist und Musik grundsätzlich natürlich Atmosphäre rüberbringt. Aber ich glaube, der Black Metal ist deswegen so interessant, auch heute noch interessant, weil es um Atmosphäre geht und hier nicht um eine tolle Studioaufnahme. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Proc-Metal-Album hast, wo es oder um Tech-Thrash geht oder sonst irgendwas oder progressiven Death, wo es wirklich darum geht, jede feinste Nuance raushören zu können, dann ist eine primitive schlechte Aufnahme natürlich nichts. Für den Black Metal, ja, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Es gibt hervorragende Black Metal Alben, die auch herausragend produziert sind, die aber von den Hardlinern, sage ich jetzt mal, abgelehnt werden, aufgrund ihrer polierten Produktion. Und das zeigt eben, unabhängig davon, dass sich Musik entwickeln darf, eins, dass man sich mit einer Atmosphäre anfreunden kann, die das eigene Innenleben sozusagen irgendwie nach außen kehrt. Oder beziehungsweise, wo man sich in der Musik oder in der Atmosphäre, in dem Klangkonstrukt wiederfindet. Vielleicht seine eigenen Probleme, seine eigene Weltanschauung. Und das hat jetzt noch nicht mal was mit den Lyrics zu tun, die man ja sowieso meistens nicht versteht und die vielleicht zum Gesamtkonzept gehören. Aber man hört der Musik von Hellhammer eben an, dass sie aus einem emotionalen, aus einem existenziellen Schmerz heraus entstanden ist. Und man sagt immer so schön, no gimmicks. Während Venom zum Beispiel, Venom in aller Ehren, ich bin großer Venom-Fan, aber immer anmerkt, dass sie so diese Rock'n'Roll-Attitüde fahren. Venom ist bigger than life. Die haben im Endeffekt das Konzept von Kiss mit der Räudigkeit des Punk irgendwie vermischt und dann mit satanischen Texten. Das ist Venom. Bathory hat 1984 die Blaupause für das genommen, mit dieser Raserei, mit dieser Harschness, mit dieser krächzenden Stimme auch, was dann natürlich dankbar Anfang der 90er aufgenommen wurde und eben in die eigentliche Black-Metal-Explosion gemündet ist. Deswegen wird Bathory auch immer so als Blaupause für das Black-Metal-Konstrukt genommen. Das sagt man Hellhammer natürlich auch zu und nicht zu Unrecht, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich bei Hellhammer eher an den Death Metal denke, an den Death Doom, an den frühen Death Doom und Tom G. Warrior, der eben die In League with Satan EP oder Seven Inch aus England mitgebracht hat, hat auch schnell angefangen, die In League with Satan statt auf 45 auf 33 zu spielen, damit sie noch schwerer und noch mächtiger wird. Und hier hat man dann, das, was ich jetzt gerade als Beispiel genannt habe, ist genau das, was eigentlich Hellhammer tun. Die Doom-Atmosphäre ist hier lastend. Noch nicht mal der Death Metal, obwohl es natürlich auch als Blaupause für das ganze Death-Thema dann gilt, ist es hier, du hast hier auf jedem Song eine Doom-Atmosphäre und selbst auf solchen Songs, die jetzt nicht schleppend und langsam wieder Doom-Metal gespielt sind. Die Doom-Atmosphäre, und das meine ich eben auch, Doom ist nicht einfach nur bedeutend, ist keine Geschwindigkeitsangabe, das heißt nicht, Doom ist schleppend und langsam und erdrückend. Erdrückend schon, doch erdrückend schon. Das kann aber auch im Mid-Tempo-Bereich passieren und sogar im Upper-Beat. Hellhammer hat ja nicht nur schleichende Songs, nicht nur Sachen wie der Song Triumph of Death, wo Tom einfach nur wirklich, wo man meint, da wird jemand zur Musik gerade erwirkt. Schreien, wimmern, krechzen, also wirklich, als würde jemand auf dem Totenbett liegen und würde gerade ermordet werden. Das ist ein faszinierendes Klangkonstrukt, das muss man auch aushalten. Und ich glaube, wenn man das zum ersten Mal hört und sowieso nicht mit düsterer Musik irgendwie viel anfangen kann, gut, warum sollte man dann Triumph of Death hören, aber wenn ihr das jemandem auflegt, das hat eine Emotionalität, die durch Können, sage ich jetzt mal, durch Virtuosität überhaupt nicht erreicht werden kann. Wenn wir noch mal einen Schluck nehmen. Und auf meinen Zettel hier gucken. Was wir hier zum Beispiel noch nicht haben. Ja, und für mich ist Hellhammer, wenn Bathory die Blaupause für den Black Metal ist, ist Hellhammer für mich eine Blaupause auch für den Death Metal. Wobei man sagen muss, dass am Anfang diese Trennung ja noch gar nicht existiert. Es gibt und kursiert immer wieder die Diskussion darüber, wer denn den Begriff Death Metal erfunden hätte. 1984 ist das Schlüsseljahr. Da kam nämlich das Demo Death Metal von Possessed raus. Und gleichzeitig kam der Noise Sampler gleichen Namens raus. Death Metal. Und jetzt, weil das im gleichen Jahr war, weiß man natürlich nicht, was war die Inspiration, eine ganze Musikbewegung sozusagen mit dem Slogan Death Metal irgendwie zu etikettieren. Und obwohl das nicht aufgelöst werden kann, und ich glaube, das wird niemals aufgelöst werden, darf man nicht vergessen. Für mich ist es einfach so. Possessed hat zwar den Begriff Death Metal dann sozusagen aufs Parkett gebracht, so richtig, durch die Musik auch, aber für mich ist Possessed so eine Art Missing Link zwischen dem Thresh Metal und dem Death Metal. Scream Bloody Gore ist für mich das erste richtige Death Metal Album von Death. Und Possessed ist immer noch ziemlich räudiger Thresh Metal, der zwar schon darauf hindeutet, aber nicht, wie sagt man, nicht Fisch, nicht Fleisch isst, aber für mich ist das noch kein reiner Death Metal. Scream Bloody Gore schon. Das ist ein Argument. Das andere Argument ist natürlich 1984 dieser Noise Sampler Death Metal. Da ist Hellhammer eigentlich die einzige Band, die dazu passt. Da ist Running Wild drauf, Halloween sind drauf. Also die heißt einfach nur Death Metal, ohne Death Metal zu sein. Aber Hellhammer sind drauf. Und wenn man jetzt weiß, dass der Sampler von Noise eigentlich Black Mass hätte heißen sollen, aber Tom gesagt hat, er findet den Namen Death Metal krasser, weil Noise ja wirklich irgendwie auch ein Statement abgeben wollte. Und Tom hatte zu der Zeit ein Fan-Scene, ein Metal-Fan-Scene namens Death Metal. Also es existierte eigentlich schon länger und geht nicht auf den Sampler zurück, wie es irrtümlich immer wieder kolportiert wird. Also es gab einmal das Demo von Possessed mit Death Metal und es gab diesen Neu-Sampler mit Death Metal, der allerdings damit gar nichts zu tun hat, aber benannt nach Toms Heavy Metal-Fan-Scene. Und jetzt kann man trotzdem weiter streiten. Das ist schon richtig. Ich habe auch keine Informationen, wie viele Ausgaben dieses Death Metal-Fan-Scene hatte und wann das überhaupt gegründet wurde. Das weiß ich nicht. Wenn man aber bedenkt, dass Tom schon ziemlich lange ein Fan von harter Musik war und gucken wollte, wie es einfach noch härter geht, dann kann man schon sagen, also dann ist es nicht sehr unwahrscheinlich, dass es schon 82, 83 irgendwie zeitgleich mit Hellhammer vielleicht passieren musste. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich will mich da nicht weit rauslehnen. Ich wollte es nur mal aufgreifen. Herausfinden werden wir es natürlich nie. Das haben wir jetzt alles abgehandelt und jetzt darf man nicht vergessen, dass Hellhammer innerhalb von kürzester Zeit zu Celtic Frost oder Celtic Frost wurden. Mit dem Eric Martin Ayn am Bass, der ja eigentlich schon bei Hellhammer einstieg, ist dann was Entscheidendes passiert, weil Tom einen Gegenpart oder einen Widerpart oder einen geistigen Bruder hatte, mit dem er dann ganz, ganz schnell Hellhammer hinter sich gelassen hat, um Celtic Frost zu gründen. Und das ist eigentlich auch ein Phänomen, wenn man denkt, die Two Megatarian, die kamen 85 raus. Vorher gab es zwei EPs. Und auch das ist witzig irgendwie. Es war die Zeit, wo sehr, sehr viele Bands versucht haben, aber jetzt schaltet er wahrscheinlich gleich ab hier, aber ich rede jetzt einfach nochmal so weiter und dann gibt es eben einen Schnitt, dass Celtic Frost wirklich zwei EPs gebraucht haben, während Halloween, Destruction und Sodom oder Sodom sozusagen eine EP rausbrachten, um zu sehen, wie das Ganze wirkt, um dann das Album folgen zu lassen, haben Celtic Frost doch zwei EPs gebraucht. Die Morbid Tales und die Emperors Return, bevor es dann 85 zum ersten wirklichen Album kam. Und wenn man sich die Morbid Tales anhört, schon irgendwie sozusagen die Nachfolge von dem, ein Jahr vorher, da ist es ein Quantensprung. Und ja, es war damals auch eine Zeit, wo man sozusagen ein Instrument, während man schon sein Demo oder sein Album aufnahm, spielen konnte. Und heute ist es eher umgekehrt. Heute können die Leute alle schon irgendwas. Man kann sich sein Musikstudio sozusagen ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer holen. Das war damals alles irgendwie nicht. Du musstest sozusagen, wohin mit meinen Gefühlen? Also wenn du jetzt nicht den Nachbarshund umbringen wolltest oder Nachbarskatze anzünden wolltest, dann blieb dir eigentlich nur dein Heil in Musik zu suchen. Wenn das heute vergleichsweise einfach ist, war das Anfang der 80er Jahre und vor allem in einem Land wie der Schweiz wirklich problematisch. Jetzt habe ich natürlich wahnsinnig viel gequatscht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr damit einverstanden seid, mit dem, was ich hier quatsche. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja dieses Gefühl. Hellhämmer mögen primitiv sein und teilweise kindisch, aber was damals eben keiner auf dem Schirm hatte, heute weiß man das, durch einen gewissen Primitivismus. Der ist ja trotzdem kontrolliert. Also der ist jetzt nicht so, dass man hört, ach, die können ja nicht mal die Gitarre halten, sondern der ist ganz simple Rhythmen, ganz simple Riffs, wirklich, die ein Anfänger durchaus hinkriegt. Aber es ist nicht so, dass irgendetwas aus dem Takt gerät oder so Spielfehler drin sind. Es ist also ein Kontrollier, es ist ja gar kein Chaos, wie es im Death Metal dann zum Beispiel später auch gewollt und üblich war. Und Chaos gab es auch bei Venom. Bei Venom der Welcome to Hell, die die eigentliche Black Metal Scheibe von diesen beiden oder von diesen dreien ersten von Venom ist. Black Metal ist dann schon, die Scheibe Black Metal, die hat den Namen gegeben, das mag schon sein, aber die ist schon poliert. Das eigentliche, philosophisch gesehen, wirkliche Black Metal Ding ist die Welcome to Hell. Und Venom waren ja auch entsetzt darüber, dass Need Records ihre Demo-Version zu sagen, einfach nur Ziegenkopf drauf, hier haben wir das Album. Das wollten die ja gar nicht, das wollte die Band ja nicht. Bei Black Metal war es dann das, was die Band auch wirklich wollte. Und Black Metal ist natürlich ein saustarkes Album. Aber Welcome to Hell bevorzuge ich eben deswegen, weil sie eben nicht wussten, dass das ein Album wird und wirklich so geklungen haben, wie sie eigentlich klingen sollten. Auch wenn sie es nicht gewollt haben, wenn ihr versteht, wenn das einen Sinn ergibt, was ich mache. Bei Hellhammer war es so, die klangen so, wie sie klangen. Und dazu musst du einen Willen haben und du musst einen Schmerz in dir tragen. Ich weiß jetzt nicht, das hört sich alles ein bisschen so Banane an, was ich jetzt irgendwie sage, aber ich glaube, das repräsentiert das ganze Geheimnis, das im Black Metal eigentlich steckt, wenn er nicht kommerzielle Adern hat. Es gibt verflucht gute Musiker im Black Metal Bereich und das ist auch völlig gut und ich höre die auch gerne. Aber ich verstehe natürlich, dass auch Anfang der 90er irgendwie so ein Torwächter, so ein Torwächtertum irgendwie herausgebildet hat, weil man natürlich eifersüchtig über etwas wacht, von dem man glaubt, dass andere es nicht verstehen können oder nur ein kleiner Teil der Eingeweihten es verstehen können. Dass das natürlich komische Früchte trägt, geschenkt, das wissen wir alle. Aber die Idee dahinter ist wirklich, dass es, man sagt immer so schön, also es gibt ein Sprichwort, voller Ekel ist das, was sich durch Masse definiert. Und in dem Moment, wo man etwas wertschätzt und etwas gern hat, Musikrichtung oder irgendwas, wo man auch seinen Heil drin findet, seinen Seelenfrieden vielleicht ein Stück weit oder Verständnis, dass man sich verstanden fühlt, möchte man nicht, dass die ekele, dreckige Masse kommt und das für sich vereinnahmt, weil dann ja nicht nur die Magie verloren geht, sondern alles. Es ist ein Angriff auf einen selber. Es ist, man hat keine Möglichkeit zur Flucht mehr. Es fängt an, du bist da draußen in der Welt, du musst einkaufen, du musst zur Arbeit gehen. Alles ist einfach voller Ekel und Dreck da draußen. Und du ziehst dich zurück in deine Wohnung. Wenn da noch mehrere Leute leben, ist der nächste Schritt, dich in dein Zimmer zu verziehen, die Tür zuzumachen und sozusagen die Wände schwarz zu malen, in deine Musik zu hören, niemanden reinzulassen, für dich einen Raum zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann noch eine Musik hat, wenn man keine Freunde hat beziehungsweise sich im Umfeld vielleicht niemand, nichts ergibt, wo man auch Verständnis, gerade in der Schule zum Beispiel, da bist du dem ja ausgeliefert, du hast ja nicht die Wahl, nicht in die Schule zu gehen zum Beispiel und hast dann nur die Möglichkeit, dich über die Ferne mit Musiker oder mit einer Musik zu identifizieren, die dir aus der Seele zu sprechen scheint, dann willst du das auch bewahren, weil immer so viel rumgeschumpfen wird auch auf diese Torwächter. Und ja, das ist ein kritisches Ding, das entgleist manchmal auch, aber die Motivation, etwas zu bewahren, das einem wichtig ist, das hat ja nicht nur was mit der Musik zu tun, das kann ja auch Freunde betreffen. Wenn mein Freund angegriffen wird, eile ich ihm zu Hilfe. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da schon ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne, aber wenn irgendjemand etwas angreift, das mir heilig ist und das mir eigentlich heil bedeutet, dass mir irgendetwas gibt, was ich da draußen eben nicht finde und das wird angegriffen, indem es vom Mainstream genommen und verkauft wird, wie eine Hure. Wenn deine Freundin an den Haaren aufs Parkett gerissen wird und die ganze Welt soll deine Freundin ficken, ja dann unternimmst du was dagegen. Und ich verteidige nicht alles, aber ich verstehe den Hintergrund, warum man sagt, diese Musik ist mir heilig und vor allem auch, warum man einen Sound produzieren will, der für andere nicht zugänglich ist, die nicht da drin sind, in diesem Malheur, sage ich jetzt mal. Ich könnte jetzt noch ewig mit euch quatschen, ich will das aber nicht, es ist ja so schon lang genug. Sagt mir bitte, was ihr darüber denkt, wo ihr denkt, dass ich falsch denke und sagt mir einfach irgendwas, sagt mir eure Meinung dazu und es hat mir wieder Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren, auch wenn ich die ganze Zeit alleine labere. Wir werden das nächstes Jahr ändern. Da werde ich hier im Extreme Metal Meeting Gäste bei mir haben, mit denen ich genau solche Konstellationen und solche Problematiken erörter. und bis dahin keep on rockin' und gehabt euch wohl. und bis dahin